Ich will am liebsten erstmal speichern, ich bin ganz ehrlich. War aber ein recht cooler Kampf. Dass man halt eine... Man musste mit einer Mechanik einsetzen, um ihn zu besiegen. Man konnte ihn aber auch so besiegen. Okay. War schön. So. Jawoll, speichern. Nein! Du bist dein aktueller Status, Genosse Major? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Und einen starken Anstieg an Emotionen fest. Mein Status? Ich raste gleich aus, das ist mein verdammter Status. Ich hab's schon wieder verbockt. Victor ist tot und ich hab hier seinen Kopf in einem verdammten Glas. Und Satchel noch findet nichts dabei. Kapiert? Nein, Genosse Major. Ich hab schon eine Menge Scheiße gebaut, ja? Aber einen menschlichen Kopf als Trophäe rumschleppen? Noch nie! Hast du den riesigen Roboter im Theater gesehen? Da war ein Kampfroboter im Theater, Charles. Aber weißt du, was mich echt zur Weißglut treibt? Nein, Genosse Major. Die Ringe. Die gottverdammten Ringe, die das Arschloch Petrov mir gegeben hat. Und weißt du, warum sie mich zur Weißglut treiben? Nein, Genosse Major. Ich? Auch nicht. Scheiße. Ist dir auch egal. Alles gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Wir gehen nach Pavlov. Irgendwelche Ideen? Pavlov ist ein Geheimkomplex in einem entlegenen Gelände der Anlage 3826 namens Saralin. Ich will nur speichern. Bei den vielen Gegnern wirst du kaum zu Fuß dorthin gelangen können. Ich schlage vor, ein Transportmittel zu benutzen. Und, Genosse Major, jetzt wäre außerdem ein ausgezeichneter Zeitpunkt, dein Arsenal so gut wie möglich aufzustocken. Es kann nicht schaden, sich nach weiteren Testgeländen umzusehen. Auf jeden Fall nicht. Genug gejammert. Gehen wir. Ich werde einen Scheißdreck machen mit dem Testgeländen. Zur Not stelle ich einfach auf einfach. Das ist mir jetzt mittlerweile tatsächlich leider egal. Leider egal. Bitte Vorgang auswählen. Das ist einfach... Keine Ahnung. So, wir haben 85. Wir haben nicht mal viel dafür bekommen. Na komm. Machen wir das. Ach, nein. Ich wollte nochmal ins Lager. So. Drei. Mhm. Mhm. Drei. Und fünf. Finde mich gut ausgerüstet. Gut. Da müssen wir hin. Ich will aber erst hier rein. Boah. Das war krass. Musste man sich kurz konzentrieren, ne? Okay, ich sehe keine Gegner. Das ist schon mal gut. So, hier. Eine heikle Bitte. Unheimliche Gerüchte. Was? Feiern hinter den Kulissen zum... Okay. Ist mir egal. Können wir hier sonst noch was finden, oder... Sieht aus, als wären wir hier schon gewesen, ne? Wir sind hier, glaube ich... Ach, hier ist... Ja, hier ist das. Okay. Ja, hier... Ja, ja, ja. Hier war es schon. Naja. Nervt mir nicht. So. Der Vorhang fällt. Die Zukunft ist schon alles bereit. Ich komme so schnell ich kann. Ich würde dir empfehlen, mit dem Auto zum Forschungskomplex zu fahren. Es gab eine Zunahme von Keimaktivitäten an der Oberfläche. Da ist alles von Mutanten überrannt. Aha. Mutanten. Alles klar. Ist das alles? Nur noch eine Frage. Nein, Filatova war nicht da. Verstehe. Du hast an Petrovs Leiche keine Goldringe gefunden, oder? Zwei Ringe, in denen in Beta 1 und Beta 2 eingraviert war? Nein, er hatte nichts bei sich. P3 Ende. Speichere da. Wie läuft's? Immer noch gesund und munter. Was? Du hast diesen Mistkal Petrov endlich erledigt. Die End geht aber auch nichts, was? Ja, hab ihn erwischt. Also, eigentlich hat er sich selbst erwischt. Keine Sorge. Wenn du seinen Kopf hast, ist bald alles vorbei. Dann kannst du dich ausschlafen. Das höre ich gerne, Oma Sina. Dann komme ich mal auf eine Tasse Tee vorbei, ja? Komm jederzeit gerne vorbei, Sönchen. Übrigens, du hast bei der Jagd nach Petrov nicht zufällig gravierte Goldringe gefunden. Nein, habe ich nicht, Oma Sina. Petrov hatte nichts bei sich. Schon in Ordnung. Pass auf dich auf, Sönchen. Und komm vorbei, wenn du was brauchst. Junge, die alle mit ihren Kack-Goldringen, was ist denn da los? Warum hast du alle getäuscht, Genosse Major? Petrov hat dir die Ringe doch gegeben, wie er starb. Alle anderen täuschen mich doch auch. Selbst Dr. Setschenov. Das hätte ich niemals erwartet. Kannst du das bitte weiter ausführen? Petrov hat gesagt, der Kampfmodus wurde bei der Konstruktion in die Roboter programmiert. Er hätte sie nie alle selbst umprogrammieren können. Das stimmt also, verdammt. Diese Natascha hatte verdammt... Nein. Wo hatte sie die her, hä? Das ist ein Bauroboter. Den hätte Petrov gar nicht mit Raketenwerfern ausrüsten können. Er ist doch kein Ingenieur. Er hätte sich nie in die Roboterfabrik hacken und Sachen ändern können. Er hat der Übertragungsstation vorgetäuscht, dass unschuldige Menschen eine Armee von Invasoren wären. Mehr nicht. Also, wozu braucht ein Bauroboter... Warum springt der raus, wenn das so langsam ist? Wenn du eine Analyse deiner Logik, muss ich leider zu dem gleichen Schluss kommen. Besonders, wenn deine Verdächtigungen gerechtfertigter sind, als du denkst. Wie meinst du das? Wie ich es sage. Hör dir diese Aufzeichnung an. Von welchen Pflichten reden Sie, Genosse Setschenov? Wenn die Amerikaner herausfinden, dass ihre Roboter in den Kampfmodus versetzt werden können, ist ihr Projekt erledigt. Das kann ich Ihnen garantieren. Leider habe ich nicht genug auf die Aussage, Roboter können in den Kampfmodus versetzt werden, geachtet. Ich hielt das für eine bildliche Ausdrucksweise Molotows, um Dr. Setschenov mit Schmolz... ...zubewerfen. Das Atomherzprojekt. Petrov hat nicht gelogen. Setschenov und das Politbüro wollen die USA und die ganze Welt erobern. Da ist ein Auto. Charles, warum sind denn alle so hinter den Ringen her? Du meinst die Beta-Konnektoren? Weil sie funktionieren, aber auch angeblich nicht existieren. Also kann niemand beweisen, dass es sie gibt? Nicht mal kollektiv nach dem Start? Besonders nicht kollektiv nach dem Start. Wer über die Beta-Konnektoren angeschlossen ist, existiert für kollektiv schlicht nicht. Aber Sie werden kollektiv sehen können. Ja, und zwar alles. Jemand wird eine Beta-Konnektur kollektiv nicht von innen beeinflussen, da er für kollektiv nicht existiert. Aber er weiß über alles Bescheid, was dort läuft. Genau wie jeder andere offiziell angeschlossene Mensch oder Roboter. Aber kann ein offiziell angeschlossener Mensch oder Roboter seine Verbindung nicht auch wieder lösen? Er kann sein Gedankegerät doch einfach abschalten. Ich habe keine Daten, Genosse Major. Aber man kann keinen hindern, sein Gedankegerät zu entfernen. Es wird auf dem Kopf getragen, nicht in den Schädel implantiert. Charles, man kann niemanden in Kollektiv zwingen, oder? Da lag Petrov doch falsch. Nicht ganz. Wie meinst du das, nicht ganz? Wenn ich nicht bei Kollektiv bin, wie sollte Kollektiv das herausfinden? Ganz einfach. Sagen wir, du läufst an einem Roboter vorbei. Der identifiziert dich als Mensch. Aber du trägst kein Gedankegerät. Der Roboter erhält von dir keine mentalen Befehle auf seine Anfrage. Aber ich kann mein Gedankegerät aufsetzen, am Roboter vorbeilaufen und tun, was von mir erwartet wird und es dann wieder absetzen. Im Grunde, ja. Da muss doch mehr dahinter stecken. Wir rennen einfach. Wir gucken nicht, wir rennen. Wir haben kein Auto mehr. Sehr schön. Nervt mich nicht. Hallo. Moin. So, da, Genosse Major. Wollen mich töten unsere zivilen Roboter nach deiner professionellen und persönlichen Erfahrung im Kampfmodus... Toll. Wir wollen, dass wir wieder an irgendeiner Scheiße hängenbleiben. Wenn Genosse Setschenov und das Politbüro die USA, ja sogar die ganze Welt übernehmen wollen, lassen Sie die normalen Leute in Ruhe. Aber bei Kampfhandlungen sterben Zivilisten. Davon kannst du doch ein Ick singen. Wenn die Roboter programmiert sind, keine Zivilisten zu tippen, greifen sie sie auch nicht an. Auf und zu. Und zu. Meine Güte. Also ganz falsch ist das nicht. Ein Roboter-Handschuh. Was? Neuro-Polymer-Handschuhe nehmen keine Befehle von Kollektiv an? Das hängt vom Handschuh ab. Manche schon, andere können nur ihrem Träger gehorchen. Aber ich schweife ab. Zivile Roboter erhalten den Befehl zur Aktivierung des Kampfmodus von Kollektiv. Und wer immer die Richtlinien für Kollektiv festlegt, kann ihnen befehlen, Menschen zu töten. Auch Zivilisten. Warum sollten sie Zivilisten töten? Das sind doch ganz normale Arbeiter, Bauern, Wissenschaftler. Ach, Scheiße. Dafür sind die Ringe. Und das wäre? Ein Mensch kann sein Gedankegerät abnehmen und vom Netz gehen. Aber ein Roboter kann das nicht, richtig? Dann zerrt dich dein eigener Haushaltsroboter wieder zu Kollektiv, sobald jemand das befiehlt. Sie wollen die Ringe für ihre eigenen Roboter. Damit sie nur auf sie hören. Korrekt. Zaharov ist nicht gestorben, Genosse. Zaharov lebt. Was? Wer bist du? Und wovon redest du? Ich bin Assistenzprofessor an der ADK. Das spielt keine Rolle. Zaharov lebt. Zaharov? Er ist Dr. Setschenovs engster Mitstreiter. Sein Genie überragt womöglich sogar das von Setschenov selbst. Es hieß, Zaharov sei vor ein paar Jahren bei einem unseligen Unfall gestorben. Aber das ist er nicht. Ich habe die Unterlagen studiert und die bahnbrechendsten Papiere enthalten Hinweise auf seine Beteiligung. Seinen Stempel, wenn man so will. Ich habe mit ihm persönlich gearbeitet und kann für seine Vorgehensweise ätzende Kommentare, radikale Methoden, keinen Widerspruch duldend. Er ist definitiv am Leben. Doch die Frage bleibt, wenn er noch am Leben ist und arbeitet, warum sollte das jemand verheimlichen? Klingt für mich wie eine Verschwörungstheorie. Ist Gott schwer zu sagen, wer am Leben ist und wer nicht. Gut, wir machen uns einfach weiter. So, was haben wir hier? Aha, komm. Sehr schön. Wolltet ihr euch durchlesen. Ich will ehrlich gesagt nur noch durch. Ach nein. Die Autolyse beginnt etwa sieben bis zehn Minuten nach dem Tod. Gefolgt von der Darmentleerung drei bis fünf Minuten darauf. Die Totenstache setzt nach fünf bis sechs Stunden ein und dann. Mal sehen. Vollständige Verwesung in etwa fünf Jahren. Hm. Ah, eklig. Was? Warum? Nackte Tatsachen, Leinezahlen. Was ist denn schlecht an Wissenschaft? Wovon redest du denn da? Ich bin Wissenschaftler. Ich muss unablässig Umweltphänomene untersuchen und katalogisieren. Genosse, weißt du, wie viele Menschen die Zersetzung ihres eigenen Körpers dokumentieren? Gut. Ich verstehe die Wichtigkeit deiner Aufgabe. Lass dich nicht von mir ablenken. Ach, jetzt hast du mich wieder rausgebracht. Also gleich noch mal von vorne. Gut. Welcher, dass ich's esse. Tupfer? Wir haben Tupfer gehört. Keine Ahnung. Okay. Geht weiter. Gut, Augenblick. Konzentration. Bäh. Scheiße. Zudrücken. Sofort. Das Polymer wurde wieder nicht absorbiert, weshalb sich eine pathologische Kavität gebildet hat. Er hat am gesackten Körper solche Knötchen. Was wollen diese herzlosen Bestchen von den Menschen? Was ist das denn? Ihr habt vielleicht recht, Genossen. Doch das ist nicht eure Sorge. Tut eure Arbeit. Gefreiter? Bringt den nächsten rein. Ja, Genosse Oberst. Das Polymer muss absorbiert werden. Wenn das nicht passiert, rettet wen ihr könnt. Und macht ihr sauber. Hm. Okay. Ich würde eine Speicherstation haben, das wäre sehr nett. Ich glaube auch so langsam begeben wir uns aufs Ende zu und das freut mich. Charles, was ist das für ein Ort? Ich meine, wozu dient dieser Komplex überhaupt? Der Pavlov-Komplex war der Grundstein aller biologischen Innovationen der Anlage 3826. Hier werden einzigartige Experimente durchgeführt. Vom Züchten neuer Nutztierarten bis zur Entwicklung neuer Weltraumforschungstechnologie. Weltraum? Du meinst, dass sie die Mondrover hier entwickeln und nicht in Shilomay? Bei der Erforschung des Weltraums geht es nicht nur um Fahrzeuge. Natürlich ist ein Raumschiff erforderlich, aber dann, wenn die Menschen den roten Planeten erreicht haben? Die neuesten medizinischen Durchbrüche, neue Lebenserhaltungssysteme. Das stammt von hier. So ist es, Genosse Major. Hier haben so viele Genies zum Wohle der Menschheit gearbeitet. Und jetzt sind alle fort. Was zur Hölle ist das für ein Comic? Für ein Cartoon. Holy shit. Und da kommt der Wolf, Junge. Wir speichern einmal. Okay, das war's schon. Ich denke mal, man kann da irgendwann eine ganze... Irgendwas Ganzes draus machen, aber... Ich nicht. So. Wir haben gespeichert. Bleiben wir einfach hier drin. Oder? Verdammt. Ich bin im Safe Room, du. Ist das geil. Hallo. Hey. Kein Feuer im Safe Room, ja? Verstanden? Hallo. Mich verstanden hast, Kollege. Verdammt. Ja, ich brauche noch ein bisschen Medikamente. Ich würde auch mal schätzen, der Endkampf wird gegen die zwei Ballerinas sein. Von Dr. Setschenov. Hallo. Hallo. Halt deine scheiß Fresse. So. Haben wir das auch? Haben wir das auch? Ach, da ist noch so ein Viech. Hallo. 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 Wir haben die Assimilation abgebrochen. Das ist doch gut. Wir haben Erfolg für bekommen, tatsächlich. Mein Gott, bleib doch mal stehen, du. Kackbratze, ey. Kann nicht wahr sein. Hau ab. Wo ist diese Blume? Nee. Die Achse ist gar nicht so schlecht. Ach, da ist noch was. Neh, mit. Neh, da sind ja ganz viele Gegner. Neh. Hallo? Nix da. Schön. Gut. Das haben wir. Hallo. Hallo. Na, du? Gut, dass ich nicht getroffen hab. Scheiße. Egal. Oh. Na? Ja. Ganz schön kopflos von dir. Okay. Hat jetzt nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil jetzt noch Gegner da sind. Aber ist mir auch egal. Da ist er. Oh, nein. Wir müssen versuchen, hinter ihn zu kommen. Ja, was machst du jetzt? Die erst mal drehen, ne? Können wir ja die Sachen, die wir haben, noch komplett verbessern oder so. Mal gucken. Oh, da ist noch was. Machen wir auf. Gucken rein. Sehr schön. Waren wir da zum Lesen. Ne, Daten gelöscht. Sicherheitsprotokoll. Schön. War nicht so viel zu lesen. Hm. Kriegen wir die von hier? Ja, jetzt müssen wir es anschießen. Oh, guck mal da. Hallo. Gut, dass ich nicht getroffen habe. So, meine Freunde. Oben ist gecleared. Kommt die mittlere Etage dran, ne? Na, schön. Kriegst du halt so einen ab. Ist doch auch gut. Hau ab. Lass die Leichen liegen, Mensch. Und du hörst mal auf, hier die Kacke auszuspucken, du. Kackbratze und du auch. So. Ich bin hier, Schatz. Ich bin bei dir. Egal, was kommt. Aha. Ich bin hier, Schatz. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020